Biedelpong on Tour. Mitglieder der Schützengesellschaft von 1896 Sulingen tauschten Samstagmorgen Uniformen gegen Arbeitsdress und Lack gegen Arbeitsschule. Präsident Andreas Albers hatte zum Arbeitseinsatz gebeten. Mit dem Aufhängen der Werbebanner läuteten neben den Präsidenten die Mitglieder Thomas Klinge, Carsten Hüllmann und Björn Becker die heiße Phase der Vorbereitungen für das Schützenfest 2019 an. Wir feiern das Schützenfest vom 9. bis 11. August im Bürgerpark im Sulinger Westen. Am Freitag, den 9., starten wir mit einer Weekend-Starter-Party, ganz lockerer Runde ohne Uniform. Am Samstag ist dann abends Zeltfete bei uns ab 20 Uhr. Und am Sonntag haben wir Katerfrühstück ab 11 Uhr und ab 14 Uhr haben wir Schützenfest für die Familien.